Ich hätte jetzt fast schon wieder angefangen. Herzlich Willkommen zum neuen Music Podcast der Vereinigten Bühnen Wien. Ich finde es gut, obwohl, wie siehst du das? Glaubst du, das Stück wird hier in Deutschland angeschoben? Ich finde das ganz schwierig. In dieser Partitur ist wirklich für jeden was dabei. Man kann ja auch Sachen durchaus kritisch sehen und trotzdem gut finden. Es ist halt nicht so dieses typische, hier haben wir die Hauptrolle und da unten ist das Ensemble. Das kann, das muss man gar nicht sagen. Ich muss sagen, sie hat mich am meisten überrascht. Es ist halt ein bisschen kompliziert. Wir sind nicht die Vereinigten Bühnen Wien. Das stimmt. Das ist eigentlich die Quintessenz.